Hallo zusammen, ich bin Valmire, ich bin 17, mache meine Lehre im Park Hotel Schwert in Wesen als Restaurationsfachfrau. Heute seht ihr meinen Alltag, kommt doch mit! Begrüssung ist der erste Eindruck, den der Gast bekommt. Dabei muss man immer freundlich und offen sein, damit sich der Gast von Anfang an wohlfühlt. Ich arbeite gerne im Park Hotel Schwert, weil mir da viel beigebracht wird. Man lernt schnell selbstständig zu arbeiten, hat einen abwechslungsreichen Tagesablauf und hat dabei noch liebe Gäste. Wenn du auch den Beruf lernen möchtest, solltest du auf jeden Fall freundlich und kontaktfreudig sein. Ich möchte gerne in einem Team arbeiten und auch in stressige Situationen zurechtkommen. Beim Servieren ist es wichtig, dass man die Frau zuerst bedient, immer vor rechts serviert und dass man den Gast nie aus den Augen verliert. Ich habe den Beruf gerne, weil ich viel mit Menschen zu tun habe und es mir Freude macht, meine Gäste zu verwöhnen. Ausserdem arbeite ich mit einem super Team zusammen. Nach meiner Ausbildung kann ich in jedem Restaurant auf der Welt arbeiten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann bewirb dich doch bei uns. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, euch hat es gefallen.